Ich habe da ganz viel dekoriert mit Glas und das sind so lecker bekommen. Und wenn es geht, oder sie die Hoffnung, wenn sie dekoriert, die Hochzeiten oder Bayern, sind sie so. Nehmen Sie einen Packerl mit, und zwar gleich, weil das ganze Geld hier halt bei Ihnen ist, dass Sie hier immer noch dabei sind. Das ist das, das ist das Neikummer, das sind jetzt hier diese neue Farbe, dieses Apricot, wunderschön. Da habt ihr hier Außenlöcher, das hat ihr jetzt Wasser rein, und dann gibt es genau das gleiche Prinzip, auch wieder, wenn man nicht. Das heißt, da hast du auch zwei Scheiben dabei, dann steckst du, dann hast du die Möglichkeit, dass du hier überall deine Brüme, überall einfach nur hineinbringst. Das ist schon so. Vielen Dank. Vielen Dank.